... ... ... ... ... ... Ich bin der nächste Starter an Schattenweg, Jochen Lichtenegger aus Österreich, die Gespann Nummer 5. Er fährt Forni Okido, ein 14 Jahre altes HWG M Wallach, erstattete den URFV Alhard Zag, die wird trainiert von Christian Böhmrufer, den wir auch nachher haben, wie es danach zu bedarfen sehen werden. Und Jochen Lichtenegger ist der niederösterreichische Landesmeister. Und er wird trainiert von Christian Böhmrufer.